Ja das ist dieses typische. Es kommen Gegner ohne Ende. Dr. Stein. Nebenziel habe ich eben gefunden. Neue wasser habe ich für uns gefunden. Oh sehr gut. Oh ja ich guck's dir an. Oh. Das muss man gleich ausprobieren. Also von der Geschwindigkeit hier auch teilweise an Quake Arena. Ja stimmt. Aber das war auch geil ne. Ja. Würde ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr spielen können weil es zu schnell ist. Alles eingesammelt was sie gedroppt haben. Aua. Jungen die machen aber auch Schaden. Ja. Oh hier ist ein Sarg. Ich habe den geheimer Graf Dracula erweckt. Oh nein. Oh da ist sie. Bestimmt eine schöne Waffe für uns wenn wir den fertig gemacht haben. Oh. Meinst du? Ja. Wenn wir den schon erwecken dürfen. Ach hol dir das Artefakt. Hol Archäologie für Amateure. Das ist quasi so die Nebenquests dann. Bist du gar nicht wieder wach? Doch. Mal gucken. So warte mal ich bin in der falsche Richtung ja. Mal gucken. Mal gucken. Oh jetzt hat er mich auch dahin gerafft. Ach ja. Jawohl. 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 Wenn du hier was schönes drin in seinem Sorg. Nö. Das ist sicher jetzt nicht gelohnt. Nö. Außer das er genervt hat. Ja. Raketenwerfer ist für große Gegner von weiterer Entfernung besser glaube ich. Ja das fliegt aber ziemlich langsam. Mhm. So. Ich würde sagen das Nebenziel zuerst. Ja würde ich auch sagen. Das ist auch toll ne. Mit diesem komischen Leitsystem. Ja. Steige ich auch nicht durch. Oh ne da ist nichts. Aber das war wieder ein Game das hat sich für uns gelohnt finde ich. Ja definitiv. Oh nein Vampir kommt wieder. So einer ist down. Ja ich hab auch einen gerischt. Ich geh mal zu dir. Ich geh mal zu dir. Ich geh mal zu dir. Was ist das denn hier? Was ist denn da? Das ist ganz nice. Ich hab echt. Hm. Das ist echt. Übel übel ey. Das sag ich dir. Ah ich glaub hier hinten ist noch was ne. Die Richtung hier. Wenn ich die einsammel bekommst du die trotzdem im Muni oder? Ja ne. Ja hier gab's hier. Ja. Ja doch. Kommen die beide. Also das ist kein. Okay. Ah da war ich zu langsam. Das ist gut. Das Gute ist man weiß so ungefähr wo er hinfliegt ne. Ja weil man diesen komischen Fledermäusen folgen kann. Ja. Schon einige. Ja. Musst du auch schon auf Pistole zurückgreifen. Ja. Auch schon lange. Ja. 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 Der ist auch weg. Meine linke Hand schläft ein irgendwie weil ich so schnell drücken muss. Ist das bei dir auch so? Ja. Also ich hab jedenfalls äh ich hab die linke ja zum äh auf der Tastatur. Genau. Aber äh die schläft bei mir auch ein. Ich dachte eben das wäre so ein Phänomen bei mir irgendwie vom Rücken oder. Ich hab nämlich auch äh Krämpfe hatte ich heute in dem warten ey. Krass. Ich bin mal in meinem Mittagsschlaf aber das kam von gestern durch den Sport irgendwie. Sagt ihr Sport ist nicht gut. Ne. 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 Nicht immer. Ja. Ja. So schön was uns. Können wir ein bisschen nachrüsten. Oh herrlich. Oh das gibt neue Waffen. Oh. zeitverzehrer und du musst ihn zurückbringen oder ich kann es usw. oder sie kann es reagieren oder ich kann es nutzen. oder sie kann es zurückbringen oder ich kann es nutzen. oder sie kann es auch zurückbringen oder ich kann es verwenden. Danke Professor. ach so ja hier kann man auch wechseln jetzt kannst du den zeitverzüger nennen wir müssen da wieder raus das perfekte spiel zum stream aber wenn du alleine bist kein zuschauer der kunze vergessen ja das normalen tablet holen oder so ja ich hatte jetzt auch gar nicht dran gedacht ich muss mal den das ding dann eine halbe stunde vorher ein nice ja und eigentlich was schon ah der ist aufweg das ist sehr gut herrlich und läuft auf 1650er ist klasse ja aber es ist glaube ich also die grafikeinstellung ist auf low und der cpu ist auf mittel langsam könnte man ja das glaube ich beacon 2 set ready to hold on i need to hand out supports ja 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 ich ja ja Alter, ging das ab, ey. Das ist schon witzig. Das ist ja cool. Ach, hast du so eine Zeitverzögerer gewonnen? Ja. Das ist schon nice. Ja, können wir besser ausweichen. Der hat eben so eine Hantel auf mich geworfen. Oh. Oh. Der hat mich dann nicht umgeworfen. Alter, war richtig fett. Alter, dann kam auf mich zu und dann bumm lag ich da. Ach du meine Güte. Alter, der rammt ja Bäume weg hier. Genau. Nein. Ich hab mich selbst gekillt. Oh Gott, was ist die für ein... Die Augen von der links. Ach da, die mit der Brille, ne? Nee, die davor, die Frau, da musst du dir mal angucken Ah, hier, hab ich gar nicht gesehen Richtig schick, ja? Ja Oh, auf jeden Fall, aber nur von hinten So, hab ich jetzt alles eingesammelt Hier liegt nur einmal Energie, falls du brauchst hier eine Mitte Einmal hier Ah ja Ah, brauch ich nicht, okay Gut, so, wo geht's lang, Dana? Genau Aber wie später machst du überhaupt? 1956 Ja, sonst können wir ja da noch reingehen und dann Genau, würde ich auch sagen, dann machen wir erstmal Schluss, ne? Ja Ich werde das Video wahrscheinlich sogar in zwei oder drei Teile, ähm, aufteilen Für YouTube, das macht sogar Sinn, ey, weil wir jetzt ja zwei Stunden fett gespielt haben Ja, das stimmt Oh, bis ich hier die Waffe gewechselt habe Ich hab mal das Gadget aktiviert, ne? Sehr gut Sehr gut Witzig Ja Warte, soll ich euch die Zeit ticken? Das ist doch ein Riesenreich Das hat auf jeden Fall eine Riesenreichweite Ja Ja Genial, ey Alter, jetzt kannst du die ja richtig weglatschen Oh, nein Oh, nein Oh, ich höre mit Raketenwerfer hier Hey, Boss, you there yet? Gettin' a bit more about Jones Oh, man, it's quiet I'm this quiet Almost there Oh, ich höre mit Ah, ich respawne Aber okay Ja, es passiert hier so schnell Mhm Ja, gut Das ist dann leicht Oha Ah, hier kann man doch schön was einsammeln Genau Komma dann, reicht dann, oder? Äh, ich weiß, gespeichert hat er das denn jetzt ab? Ziel ist jetzt noch 144 Meter Ja Ja, kann man auch hingehen Aber ich glaube, es ist immer dann Und dann ist es Ja, sehr gut Ja, und dann Musst du mal gucken Ich glaube, es ist jetzt nur ein Fight Ne? Ah, ein großer Bossfight, genau Und dann sind wir durch Ach, der kennt ihn Oh Lecker Ja Kennt ihn wohl doch nicht Ja, ich habe dich in kleinen Pieces Was ist das? Ich hoffe, dass du das gefühlst hast, weil es sicherlich ist, dass es sein wird, 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 dass es sein wird. Nur in den Hinterkampf Alter, der braucht aber ganz gut Ja Ja Der wirft so ein bisschen mit so, wie so ein Wattebäuschen irgendwie Jetzt beeindruckend ist ja nicht besonders Ne, finde ich auch Aus dem Brennan schon der Helm Ja Aua, aber Aber hat mich jetzt platt gemacht Aber Wir haben ihn gleich Ach, meine Güte Meine Munition ist alle Oh, ich habe wirklich nur noch die Pistole Oh Gott Ich muss mal ein bisschen sammeln hier Die sind aber Ich frage mich, ob das gewollt ist Auch Gegner sehen so Teilweise billig modelliert aus Ja Es geht auf jeden Fall besser heutzutage Aber ich hoffe, dass es gewollt ist Ich habe so ein bisschen Retro-Look, ne? Mh Mh, lecker Läcker In Deutschland nennen wir das Funkloch We got confirmation from the ground Engage the Harp Array Sir, I'm not sure That's what Stone meant Sam, please repeat We're getting a lot of interference I repeat We have cleared the perimeter We can't hesitate Stone's a soldier He knows the risks Sir Energize sehr gut nach dem intro würde ich sagen machen wir dann schluss noch ja und dann können wir das auf jeden fall noch mal weiter zocken was so entstehen vulkan ausbrüche ist haben immer falsch gelernt in der schule ja hast du gleich eine schöne verschwörungstheorie genau ist nur satelliten satelliten schlüssel in irgendwelche monster stecken und dann schießt von oben einer und dann ist der vulkan ausgebrochen während der lädt kann man ja auch gar nicht raus nee genau ein bisschen blöd irgendwie aber meine meiner lädt schneller ich weiß aber gar nicht warum liegt das an der ssd oder liegt das an der an ist das aus dem internet was er da runter lädt keine ahnung wahrscheinlich beides könnte man nur gucken wenn ich hoste und dann ob du länger zum laden brauchst aber ich meine dass deine platten schneller laden dass es wirklich ja klar m2 ok super dann machen wir an dieser stelle mal schluss ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns in einem nächsten video